Hey Leute, das hier ist jetzt vermutlich eines der wichtigsten oder sogar das wichtigste Video, das ich bis jetzt überhaupt gemacht habe. In dem Video hier möchte ich euch jetzt näher bringen, wie ihr euch richtig bewegt. Weil in Warframe gibt es nichts Wichtigeres als Movement. Damit meine ich jetzt nicht wie in anderen Games, dass man die Bossmechaniken kennt, Sachen ausweicht und so. Nein, ich meine einfach nur, dass ihr euch schnell und effizient bewegt, dass ihr vielleicht wisst, wie ihr den einen oder anderen Stagger umgehen könnt und dass ihr einfach schnell seid. Weil ich sehe es immer wieder, man spielt normale Missionen, man rennt durch, ist am Extraction Point und wo ist das andere Team? In der Hälfte von der Karte. Warum ist das so? Hat man jetzt irgendwas Besonderes gemacht oder ein Speedframe? Irgendwas? Nein, man hat sich einfach nur richtig bewegt. Und dieses richtige Movement möchte ich euch jetzt hier näher bringen. Wir fangen jetzt ganz klein mit den Basics an, nämlich eurer Tastenbelegung. Natürlich könnt ihr euch die Tasten so belegen, wie ihr das am angenehmsten findet, aber es gibt halt vier Tasten, die ihr belegen müsst, damit ihr euch optimal bewegen könnt. Das eine ist mit Waffe zielen. Dürfte klar sein, dass man das belegt hat. Dann Halten zum Ducken, Sprinten und Rolle. Warum das Ganze? Naja, ein richtiges Movement Set funktioniert halt aus einer Mischung aus Bullet Jump, also dem hier. Dazu dann ein Aim-Kleid und eine Rolle. Beziehungsweise, das kann man dann doch mit einem Sliden kombinieren, dann kommt man wirklich super, super weit. Ihr habt es gerade gesehen. Und bevor ihr jetzt fragt, was das richtige Pattern ist, also welcher der Bewegungsablauf ist, den man immer wieder wiederholen kann, dann möchte ich euch direkt schon mal sagen, man kann einen optimalen Ausarbeiten, der auf langen geraten Strecken funktioniert. Ja, aber solche langen geraten Strecken haben wir fast nie. Das bedeutet, in der Mission müsst ihr euch spontan dafür entscheiden, wie ihr euch gerade bewegen wollt. Das bedeutet zum Beispiel hier wird jetzt einfach ein Bullet Jump mit Doppelsprung reichen. Wenn ich nach hier hinten möchte, noch ein Slide dazu. Wenn ich ganz nach da hinten möchte, nehme ich zum Beispiel noch die Rolle dazu. Also ihr seht schon, man kann das so machen, wie man möchte. Man muss sich halt der Situation anpassen. Und das ist eigentlich schon das ganze große Geheimnis hier in Warframe. Man muss einfach wissen, dass man Rolle und sowas benutzt. Also Aim-Kleid, Slide, Rolle und schon seid ihr super schnell. Wenn man jetzt natürlich noch sagen möchte, ja, mit dem Operator ist man nochmal schneller. Stimmt auf jeden Fall. Aber immer den Operator zu wechseln, also ich mache das auch sehr oft, funktioniert auch gut, aber man muss auch hierfür die richtigen Situationen haben. Zum Beispiel stellen wir uns mal vor, wir sind im Raumschiff, kommen um die Ecke. Ich sehe hier den langen Gang, wechsle ich natürlich den Operator und fertig. Aber wenn ich jetzt hier so kleinere Sachen habe, dann richte ich mich, ja, immer nach der Situation. Und ich werde euch das Ganze auch nachher noch ein bisschen in verschiedenen kleineren Missionen zeigen. Und ich kann euch nur empfehlen, bitte, bitte nehmt euch das zu Herzen. Benutzt den Operator mit dem Void-Dash. Also ducken, dann wird man unsichtbar. Leertaste, schon dasht man. Und dann, wenn ihr nur im Frame seid, denkt dran, macht euren Projektilsprung, macht euren Aim-Kleid, macht den Slide in der Luft, macht die Rolle in der Luft. Ist am Anfang vielleicht ein wenig ungewohnt. Aber ich kann euch einfach nur empfehlen, macht das. Es funktioniert super, super gut. Wenn ihr das macht, ihr braucht keine Speedframes. Ihr seid in 95% der Fälle schneller als Speedframes. Weil die sind meistens zu 100% bodengebunden, rennen nur durch die Gegend und ihr könnt Luftlinie nehmen. Ihr seid in 95% der Fälle schneller als irgendein Speedframe. Plus, ihr dasht nicht die ganze Zeit gegen die Wände, wenn ihr ein bisschen Übung habt und, und, und. Also, ich kann euch nur empfehlen, macht das so. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen Gameplay anhängen. Ich hoffe sehr, dass ihr euch das zu Herzen nehmt und dass ich euch hiermit helfen konnte. Und ich sage jetzt schon mal, bis zum nächsten Mal. Ich habe leider gerade eben noch ein, zwei Kleinigkeiten vergessen. Die ergänze ich jetzt noch ganz flott. Zum einen, ihr könnt die Zeiten, in der ihr in der Luft seid, noch schön nutzen, um zum Beispiel Fähigkeiten zu benutzen, währenddessen oder währenddere ihr euch nicht bewegen könnt. Das bedeutet, ihr habt es gerade schön mit der Ember-Ulti gesehen gehabt. Da bin ich jetzt einfach in der Luft gewesen, habe meine Ulti aktiviert und konnte mich trotzdem noch schön bewegen. Weiterhin, während ihr rollt, könnt ihr auch noch schön bestimmte Stagger-Effekte umgehen. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ihr so Laser-Barrieren in den Türen habt, da könnt ihr dann einfach durchrollen und dann werdet ihr nicht zurückgestoßen. Genauso seht ihr ja manchmal von den Eximus diese Feuerwalzen. Da könnt ihr auch einfach in der Luft durchrollen und auch da werdet ihr nicht mehr zurückgestoßen. Ihr seht es jetzt, ich mache hier keine sehr großen Sprünge, sondern immer nur die ganz kleinen und trotzdem bin ich jetzt super flott durchgekommen. Schauen wir gerade mal 55 Sekunden für eine Mission, nur als kleines Beispiel. Hier ist ein Prisiner, das ist wichtig für unsere Operation. Search für die Behandlung. Das ist wichtig 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 für die Behandlung. Was ist das? Use Reactant to open relics. The enemies are dropping Reactant. Don't forget the Reactant. You need more to open that relic. The relic has been cracked open. Finish your mission to find out what's inside. You have broken their ranks and they are on the run. Another successful mission. Find extraction. Yes? Yes? I don't think so. Yes? 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 I don't think so.